Willkommen zurück zu deinem neuen Vergemütze, mit dabei, Sebastian und J-Bug im Team gegen Hardy, Peatsmeat und äh, Rosator. Wer ist denn bitte dieser Peatsmeat? Jetzt hast du bitte deine gute Runde. Hallo, ich hatte gerade auch ne gute Runde, ja? Nee, gerade war die okay. Ich war, ja, also, muss mich halt erst mal ein bisschen einspielen. Aua, ich werd beschossen. Er hat ein Loch im Tunnel. Ja, so nicht, Peter. Ah, scheiße. Einer war am Fuße des... Willst du mich verarschen, Dennis Hartwig? Meine Kollegahs, die machen das nämlich schon. Aber hat das Flugzeug nicht zwei hinten? Äh, am richtigen Ende. Du kommst aber nicht mehr raus aus der Ecke. Du kommst aber nicht mehr raus aus der Ecke. Oh, oh. Soll ich mit Taktik messen? Oh Gott! Leute, ich hab den getroffen. Ich hab den getroffen, der ist angehittet. Du brauchst halt wahrscheinlich nur noch gegen den Runden. Keiner weiß, wo Jay ist. Oh, shit. Jetzt schieß auf das Fass! Hab ich schon. Ach, schade. Oh, shit. Bin halt ultra sneaky on the way. Er ist reingelaufen in den Bunker. Was? Hä? What? Soll. Ich glaub ich sterb gleich. Ich glaub auch. Ich spiel noch gegen zwei, verdammt. Das ist mir egal. Hä? Ich wumpe. Ich fiel hier die ganze Zeit weit. Wieip! Spannende Runde. Ah, ist okay. Hauptsache Jay war... Wo warst du eigentlich? Ich hab gar nicht gesehen, dass du gelebt hast. Na ja, ich war am Plateau. Wurde ja keiner mit mir spielen. Ach so. Aber du hast wieder die wichtigen Spots gehabt. Das Plateau ist ein wichtiger Weg. Was willst du denn? Nee. Saug mich nicht so an, Jure. Aus der Runde, Junge. Nur weil du jetzt zwei Kills mehr hast als ich. Junge. Bist du schon? Ach, Hardy. Peter ist wieder am Loch. What denn? Nix. Nee, Bram, aaa. Naja, die war auch nicht geworfen. Am Flugzeug geht schon... Ja, die hätten ein bisschen weiter sein müssen. So wie die jetzt? Ohhhh! Ich hab den... Ich hab dich voll getroffen. Oh Gott! Der ist durchgekommen im Umfeld! Sepp Richtung... Ach Quatsch. Jay Richtung Plateau unterwegs. Was? Das ist ja eine Lüge. Boah, ich treff mich selber vor. Nice, Peter. Natürlich nicht so viel. Lass du mal ansaugen? Wie viele sind denn noch da? Ah, hinten bei denen am Sporn. Bei denen am Sporn. Egal. Egal. Der war glaube ich irgendwo im Busch oder so. Ja. Joa, wir haben noch Christian und den Pedel. Wo ist denn der Dröbel, Schröder? Ich glaube ja die gehen B. Ich glaube auch die gehen B über dem Plateau. Einer sitzt unterm Plateau. Bombe liegt im Sporn von denen. Okay. Da wo Pedel quasi gedeiht ist. Am Flugzeugarsch. Um es einfacher zu sagen. Ja ne. Der sitzt bei sich oben drauf auf so einer Linie. Fuck. Schön Jay. Ich bin noch gewartet. Für die nächste Runde. Aber es ist natürlich nicht vorbei. Da kann er sich hinlegen und dann versteckt er sich hinter der Mauer. War schon gut. Boah, die ersten Schüsse waren auch richtig gut. So, Peter, behältst du mal davon, wie viel zu machen? Da halte ich ne ganze Menge von, Hadi. Okay. Na, Hadi, du hast auch nur einen. Das machen wir nicht hier. Ja, wat denn? Peter, wie viel Punkte hast du? Und wie viel hat Hadi? Ich weiß nicht, ob das so ne gute Idee ist. Einer ist direkt vorm Flugzeug hinter nem Felsen. Direkt vorm Flugzeug. Ach, der ist direkt bei der Bombe. Komm, ey. Das wird jetzt hart. Der andere ist im Bunker. Ah ja, okay. Ist natürlich dann einfacher. Nice. Schön. Boah, Jay, du gibst dir jemanden direkt auf. Das geht doch nicht. Wie willst du denn so gewinnen? Ich hab den Spruch doch gar nicht auf dich aufgelassen. Ja, war voll gut. Nee, ich meinte das auch nicht böse gegen dich. Boah, du meinst das böse gegen jemand anderen? Ich nicht böse. Ja, auf jeden Fall so richtig böse. Okay. Das ist so. Bam, 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 bam. Oh, jetzt hättest du dich beinahe getroffen. Das hätt ich irgendwie witzig gefunden. Ja. Ich nicht. Noo. Mittlerer Fußball... Mittleres Flugzeug. Mittleres Flugzeug ist Bram auch. Mittleres Flugzeug. Mittleres Flugzeug. Ach so, okay. Ist wieder vorbei. Oh du Papi, Marhabi, Marhabi. Marhabi, Marhabi. Marhabi, Marhabi. Einer war in der Höhle drin. Einer war in der Höhle drin. Mamaaaale. Mamaale. Na, wenn du jetzt mal werfen könntest du Lutscher, wa? Ah, der ist oben am Plateau. Ramm hat geplantet und ist auch da und so. Sehr gut. Kann ich zumindest schießen und Lutscher. Gibt da noch einer? Nein. Sehr schön. Doch, der defused einer schießt den Tod. Ärzerlich? Blumble and Lerb. Bereit machen für die nächste Runde. Ach ja. Düdüm, düdüm, düdüm. Ja gut. Einer im mittleren Flugzeug drin. Glaub ich zumindest. Ja, habe ich auch gesehen. Einer rennt in die Höhle rein. Oh, das ist ganz schön wird weg. HÖLE! Ich hab... Alter ich hab voll abgedrückt. Du hast 5 Meter bei mich drüber geschossen. Ich hab richtig schön. Ok, bei mir war ich irgendwie drauf aber na gut, dann halt eben nicht die planten bei A vermplic Jo, A ist ziemlich frei ne? Ach Mann! Der ist bei der Bombe wa第一 Na zumindest konnte ich ablenken Ist es in der Höhle Der rinnt jetzt wieder raus. Jo Peter, zeig mal was du drauf hast. Echt mal Peter, zeig mal was du drauf hast. Das ist voll die easy Stelle jetzt. Einer sitzt auf den Treppen, der andere hinten bei dem Flakgeschütz. Standard halt, wa? Genau, Standard halt. Und einer in der Höhle wahrscheinlich auch noch. Jetzt sind wir nämlich mit vier mal. Boah, drei Stück und wir sind zwei, drei Plätze decken wir ab mit zwei Leuten. Drei, drei Plätze. Noi. Äh, Steinfeld. Ja, wenigstens den Bob noch geholt. Das ist cool, neue Killstreak. Schön. Ja stimmt, du hast die Predator ja schon abgesetzt, Jay. Ja ne, aber eine neue Drohne ist gut. Nice. Das ist schön. Oh, wieso laufen denn alle wieder in eine andere Richtung, ey? Was gehst du denn da so wie so ein Vollmongo? Bin halt ein bisschen müde. Ist halt schon spät, ja? Schon 8 Uhr. Ist richtig krass spät, ey? Eigentlich stehe ich jetzt ins Bett. Das ist schon vorbei. Wow, zwei auf dem Plateau bei B. Das war geil, Jay. Nur weil ich mir wieder Sex hole. Verdammt, ich komme hier nicht entscheiden, ob ich... Das war meine Clay direkt bei B-Spot. Sieht das Dreck-Ding, Dreck-Ding. Ach, der kommt vom Plateau, der kommt vom Plateau. Bram ist auch noch bei B. Hadi, was machst du da? Ja, ich hab mal geguckt, was so abgeht, ne? Jetzt schlägst dich mal, Junge. Hab mal geguckt, was da so abgeht, okay? Ein schlechter Spot, Bram. Der liegt hinter dem Plateau-Schütz. Der andere kommt ja aus der Höhle. Wie der geflogen ist. Hast du zwei Schuss für den gebraucht, obwohl Peter den angehettet hat? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie war ein bisschen strange. Das kennen wir gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Das Spiel hat sich gedacht, ich bin so ein krasser Spieler, dass ich zwei Schüsse brauche. Peter hat den auf jeden Fall getroffen. Und dann brauchte der mit der... Wie heißt denn die Scheiße für deine Nummer? Brauchst du jetzt zwei Hits? Hinterwändchen. Hinterwändchen. Ich möchte bitte intervenieren. Na, wenn sie insistieren. Wie was? Lol. Kleiner Bunker. Alter, alle daneben gesetzt. Oh, Loch. Nee, 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 Peter. Loch und Flugzeug. Nicht planten gehen? Wie, Loch und Flugzeug. Ach, komm. Jetzt machen, Alter. Boah, war das schlecht geschossen, Alter. Hast du mir voll die Teile... Du hast besser geschossen, Alter. Du hast alle deine Fessi geworfen, halt. Ja, ja. Man, das cool. Nice. Sehr schön, Jongens. Stinkt. Ach, ja. Der hat ihn nervt da mit seiner Mongo-Sniper. Warum denn? Ist doch alles cool. Raus schießt du? Die richtige Waffe für Afghan vermutlich. Ach so, darauf hast du geschossen. Ja, das stimmt, Peter. Könnte bestimmt gerne von hinten kommen. Er ist im kleinen Bunker. Alter. What? BTF? BTF? Der hat ihn beschossen überall. Ach, komm. Echt jetzt? Er Flugzeugarsch. Die kommen beide von hinten. Beide von deren Spawn aus kommen die. Beide von deren Spawn. Einer kommt wahrscheinlich von einer Höhle. Also Christian. Jeder? Du machst das. Gut, Sepp. Weck durch nach hinten. Direkt rechts am Stein. An der Treppe? Was machst du, Sepp? Ich hab Angst, dass Hardy von mir... Wenn er das absichert, dann kann er nicht mehr... Bin da ganz ruhig. Sehr gut. Oh, mach doch. Dann hab ich den ja nicht getroffen. Juhu. Boah, wie viele Informationen teilweise wert sein können, wa? Ja, das war sehr gut. Wenn Hardy immer so spielen würde, dann würde sein Team immer gewinnen. Ich hab's aber auch gerade... Ja, vor allem wenn er mal eine Information raus hat, die wichtig ist, dann muss er das nochmal extra sagen. Nee, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das teilweise wichtiger ist als gutes Aiming. Oh, da... Beides geht mit Hand in Hand, würde ich mal sagen. Ja, gut. Das ist schwierig. Gut, dass beides bei dir nicht vorhanden ist, Hardy. Die Information rückst du nie raus und Aiming ist auch so. Äh, 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 ja. Wie war's? Das war schlechtes Aiming. War super. Ja, ja, war super. Plateau. Fuck. Peter war da. Zwei Flugzeug. Was gelogen, Peter? Was? Ich hab zwei von euch gesehen am Flugzeug. Bärtsch. Kein krassend sein. Kleiner Bunker. Bei uns. Mondfeld. Wie der da versucht, da drüber zu springen, sah mega witzig aus. Gittert? Ja. Ne, weiß ich gar nicht. Äh? Keine Ahnung, wo der ist. Gehen wir das mal. Sind das ja für Geräusche? Gehen wir das mal? Ja. 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 Ich würde es euch trauen. Ich würde es euch trauen. Suchen und zwingen. Neben dem. Hey. Ja. In der Mitte am kleinen Bunker ist einer reingerannt. Gut, hab ich daneben geschossen. Das war jetzt aber ärgerlich. Ey Peter, kann nicht sein. Ich hab dich voll getroffen und du gibst mir nen Headshot. Ja, Mann. Weißt du was das Schlimmste ist? Wie ist die Situation da bei dir? Dass du hart geflasht bist. Nein, ich hab dich... Boah, das ist so aschdunkel in dem Punkt, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Oh, scheiße. Ich hab dich null gesehen, ey. So ne Scheiße. Wir sind J gestorben. Christian hat mich hart gemacht. Nice. War aber schön, H.D. Erst große Fresse, kommst rein, tot. Wie, aber gar keine große Fresse gehabt. War gar nichts. Klar. Wo du sagst, oh, weil du neis geflasht wurdest und dann hättest du was gar nichts gesagt. Wenn du mich gekillt hättest, hättest du nämlich dann irgendwas gesagt. Aber, hast du nicht, weil du gebobbt hast. Hast du recht. Weil du gebobbt hast, was du denn gebobbt hast? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der schmeißt die Granate nicht schnell genug. Der schmeißt die. Der hat die losgelassen im Flug. Die flog doch schon. Ja, kann sein. Oh, nein. Bei uns am Flugzeug an der Schnauze ist einer hinterm Stein. Oh, der ist. Richtung großer Bunker. Irgendwom Loch. Alter, da musste einer von der Seite jetzt mir daneben kacken, oder was? Mama. Hätt. Ich hab doch vorher auch auf dich geschossen. Ich wusste da, wo du bist. Hä? Ja, vorher, nein. Ich war gerade auf deinem Kopf am Zielen. Hab dich gerade einmal gehittet. Oh, der ist am Plateau an den Steinen. Wer nicht hinlaufen. Ich muss wenigstens... Ja, ist ja okay. Ja, ist ja okay. Aber halt dich passiv. Der ist oben am Plateau. Hat da runtergeguckt. Warum ist der nicht gesprungen? Weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall nicht runtergeguckt. Ich glaube, wenn man Salto dabei machen könnte. Das wär echt nice. Ah, ja. Der ist hinten am Mondfeld. Aber ist das eigentlich nicht durchgelaufen. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Der ist nicht zum Mondfeld durchgelaufen, ne? Nur mal so zur Info. Ja, ich wollte es ja nur sagen. Warte, kannst du mal aufhören, Knowledge zu droppen, Hadi? Könnte eine kostbare Info gewesen sein, Peter. Der rennt jetzt bestimmt zu B. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Hadi lässt hier die ganze Zeit nur Knowledge droppen. Das ist aber okay. Noch so ultra schlechtes Knowledge. Boah, Peter, kannst du mal... Warum gehst du offensiv? Triple! Weil ich dachte, da geht andersrum das Flugzeug rum. Und nicht da rum. Okay. Also ich bin zum Mondfeld gegangen. Und bin, ja, Richtung B eben eingegangen. Die suchen und zerstören. Das zieht sich. So, Bram, wie sieht das aus? Oh, geflasht am Flugzeug? Echt jetzt? Lol, mittleres Flugzeug. Oh, 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 einer ist, einer ist am, am, am Dingens. Am, 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 zack. Am, am, am. Lol, zippt weg am Inn. Nice! Boah, die kam ziemlich, die kam ziemlich gut, alter. Die landete direkt nirgends. Ja, da stand halt irgendjemand vor dir, den du gerade abgeschossen hast. Bei dem hab ich dir noch getan. Bei dem hab ich dir daher geforben. Ja, Peter wollte mich messern. Ach, der auch noch hier, Mensch. War jetzt unlustig. Das war, das war nicht, das war nicht Absicht. Alter, Dennis Hartwig. Ja, was ist denn los? Das hört immer auf, mich immer anzuschießen. Da ist einer am Höhleneingang, ist einer. Einer Höhleneingang. Kleine miese Bitch, wo bist du? Ja, mach doch. Ja, ho, ho. Nein! Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Wo ist der hin? Nein! Ich bin bei uns am Spawn. Nein! Boah, meine Eier haben richtig geschwitzt. Ja, meine auch. Ich hab auf einmal so, meine Hände verkrampfen und so weiter. Alter, jetzt musst du gewinnen. Jetzt wird hart. Och, nö. Da läuft der genau. Da! Loch, 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 Loch. Ja. Alter, was hattest du denn hier wieder für ein Leck? Schade. Lecker, lecker, schlecker. Lecker, 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 lecker. Ja, da siehst du. Trotzdem Christian besiegt, nice. Ach. Christian schießt voll gut. Sonderkommando 1, 4, 1. Hilft ja. Ich würde sagen, Christian schießt am zweitbesten von uns. Mach hartig. Kannst du aufhören, auf die scheiß Dinger zu schießen, Dennis D. Punkt Hartwig? Hat mal dein Maul, ja? Ist ja über dein Maul. Worauf schießt der denn da die ganze Zeit? Der ist bei mir am Spawn! Ah! Der kommt, um mich zu holen, der Teufel! Was ist denn da, ey? Einer kommt durchs'n anderes. Einer oben auf dem Plateau, einer oben auf dem Plateau. Wo ist der denn? Nein! Hat er dir gemessert. Oh nein! Das war schön. Scheiße. Der Teufel. Voll geil. Ja, ich würde sagen, der ist bei denen am Spawn oder am Plateau, ne? Okay. Ach, der lebt noch. Gutes Positioning, Bram. Ja, ich dachte, du lebst nicht mehr. Sorry. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Aber sorry, ich hätte nicht an dir zweifeln sollen. Das ist jetzt aber kacke. Meine Nase juckt. Ja. Wenn du die Hand vor der Maus dann stirbst. Ne, ich muss das natürlich dann mit dem Linken machen. Hier ist der Mondfeld. An dem kleinen Bunker unten. Ne, lauf wieder zum Spawn. Ja, da musst du wahrscheinlich die Bombe von Hardy holen. Boah, echt jetzt? Eiskalt. Boah, Christian. Die ganze Zeit schon. Die ganz. Da unten ist er. Bram legt sich erstmal noch das vor. Ja, genau. Ne, hauptsache hat Jay nicht den Kill klauen. Finde ich gut. Schöne Einstellung, Bram. Erstmal hinknien. Bram habe ich gesehen. Jay habe ich leider nicht gesehen. Ja, genau. Weil ich wusste, dass du mich gesehen hast. Und ich wusste, dass Jay dich gesehen hat. Da dachte ich mir so, leg sich die Raine im Fotostippen. Ich wusste, dass du mich gesehen hast. Ja, ich kann wissen, ob ich dich gesehen habe. Das darf einfach nicht wahr sein. Stück in Folge. Oh, wo kam denn, ja? Scheiße. Fuck. Ach komm, und der andere vorne hinten. Peter ist in der Mitte. Scheiße, die Waffe hätte ich nicht benutzen dürfen. Oh, was? Peter ist Flugzeugarsch. Peter ist am Flugzeugarsch. Und Spawn wahrscheinlich jetzt. Ich weiß gar nicht, wer du die ganze Zeit am Maul bist, Harry. Mit deinen 490 Punkten. Ey, was heißt das? Ich bin gar nicht am Maulen. Was denn? Nur weil ich auf 0 runtergezählt habe? Kriege ich jetzt hier Rüffel oder was? Du bist einfach scheiße. Ich spiele gar nicht. Ich habe 7,9. Ja, ist schlecht. Ja, ist voll gut, Hadi. So schlecht ist das gar nicht. Doch. Das ist ziemlich schlecht. Du bist endlich wieder neutral, ey. Habe ich ja lang genug gebraucht. Sepp hat auch mal wieder 512 ausgehoben. Ich habe schon eine Art, ich weiß, dass du willst. Gibt's nicht. Ich wusste, dass du gucken kannst. Könnte ich aber nicht so in Ordnung. Fehler kommt an. Oh, fuck. Fehler rennt ja immer. Jetzt habe ich auch gefeatet. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle, 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 Höhle. Höhle, 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 Höhle. Höhle, 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 Höhle. Höhle, 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 Höhle. Höhle, 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 Höhle. Höhle, 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 Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Ja, weil ich auch auf jeden Fall von einem Plateau, vom Plateau. Du hast mich abgeschossen. Boah, Christian ist so ein Wichs tier, ey. Was hat denn der für ein Aiming heute? Christian ist gut. Sag doch, Christian schieß voll gut. Ja, Christian macht das schon. Und jetzt lass ich bumme voll. Christian ist die einzige Fahne, der in dem Team. Dann fällt die einem auf den Fuß und dann... Sieht man ganz klar an seinen verdienten 850 Punkten. Alles andere im Team ist schlecht bei denen. Ja. Das ist doch, Peter. 30 Punkte weniger. Gar nicht. Peter... 30 Punkte, Alter. 30 Punkte. Ja, du bist negativ. Peter ist schon... Ja, komm, fuck off, Bram. Ja. Und wieder Hardy weggerotzt. Da, 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 da. Also, das ist langweilig, ja? Einfach dein Maul, ja? Also, ich möchte ganz kurz sagen, selbst Dummies bewegen sich schneller. War der denn? Ja, schneller ging nicht. Ich hab schon Leichtgewicht und überhaupt alles. Alter. Ja, aber du kannst auch sprinten, ja? Ja, hab ich. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich wirklich. Hab ich auf Video, wie du gesprintet bist. Ja, ich bin gesprintet. Ja, die 5 Meter und dann bist du mal gelaufen. Nein, ich bin gesprintet. Du bist, äh, straight to 812 gesprintet, bist du. Ich hab, ich hab, ich hab Marathon drauf, Junge, Alter. Ja, dann sprints du noch mal ein Stückchen schneller, du kleiner Schlumpf, ey. Kleiner Splasher, jetzt hau ich dich mal weg, hier. Sniffler, ey. Du bist ein Sniffler. Ja, aber ich hab einen Schatz auf die Start-Hauptsache. Bei deinem Schlumpf. Fuck off, du miese Bitch und friss meinen, deinen Stuff, Alter. Das gibt's doch nicht, ey! Oh man, ey, das ist doch scheiße. Was soll man dazu noch sagen? Das ist genau so, wenn man mit nem kleinen Baby den Ball wegnimmt, weißt du? Ahhhh. Wer redt denn da rum? Richtig schlecht geschossen. Hä, was, wo denn? Loll, da, ach komm Christian! Lass du den Kegelschock! Bei B. Bei B die Treppe hoch ist der. Äh. Äh. Ja. Oh, Jay. Vor einem Leben nicht. Sag ich ja. B-Spot. B-Spot. Wann hast du die denn hingelaufen, verdammte Scheiße? Der ist doch grad irgendwo runtergefallen. Der hat grad wie Spider, der hat grad Spider-Man gemacht. Ja, nur ohne Spider. Ja, ohne Spider und mit Glitches. Eigentlich hab ich auf den gewartet. Was? Wartest du denn einfach so auf mir? Also find ich ja nett und so, aber. Äh. Du sagst du, kleiner Splasher. Holst du gleich den nächsten ab. Road to do 8, 14. Boah, der war knapp, aber gut. Wie ich noch die Claymore gesehen hab von dir. Da hab ich fast reingelaufen. What the fuck? Ich hab bei mir schon gesehen. Fluchen und zerstörlern. So, ich mach ihn jetzt, wa? Fluchen und zerstörlern. Ja, ja. Pass mal auf, ich hau ihn jetzt instant weg. So wie die letzten 13 Runden. Alter, der ist durchgewascht, der Arsch, am Flugzeug schon. Das stimmt gar nicht. Hat er eigentlich damit gerechnet, du wieder einen kleinen Bunker bist? Du wiese Ohre! Oh, auf dem Plateau. Ja, schön. Wo kommst du denn her? Peter, du bist der Letzte. Du bist so ein kleiner Sniffler, ey. Du bist so ein kleiner Sniffler, ey. Du warst doch klar, dass du von hinten kommst, ey. Ich war aber auch mega dumm, ey. Ich wollte dich haben, Junge, ey. Weißt du, da sagt Sepp schon, ey. Da läuft der Flugzeug ruf zum Bunker. Aber du bleibst da stehen. Ah, die hört halt nicht immer so zu. Klar, Mann. die Flugzeug ruf zum Bunker ruf zum Bunker und Nein! Der Stand rettet ihn tatsächlich! Alter Vater! Das kann nicht wahr sein! Das ist schon nah klar gewesen. Das ist schon nah klar gewesen. Und dann jetzt kommt bumm der Hedder! Mit dem letzten Schuss! Alter Vater! Nice! Ich bin davon ausgegangen, dass der Stand... Ja ich hol dich jetzt! Siehst du den denn nicht Bram? Du bist doch von da gekommen! Ja ich hab den halt nicht gesehen! Ja toll! Okay wir haben verloren! Die 100 jetzt noch! Meine Macht über Hardy ist gebraucht! Wir haben verloren! Vielleicht doch! Kämpfst du da gerade mit Sepp, Hardy? Nein! Vielleicht doch! Der lässt sich abschlachten! Ey ich hab nix mehr gesehen man! Ich war blind! Ich hab nix mehr gesehen man! Der hat mich hart geflasht! Ach dann ist es passiert in der Zwischenzeit! Und du hast noch zwei Gegner! Oh das ist okay! Okay! Ja scheiße! Ja das hat aber sonst nix zu tun! Der Selbstmoral ist schon halb gebrochen durch den Kampf mit mir! Nein! Ja das war doch der Kampf! Das war wie ne Schlachterei du Lutscher! Das stimmt überhaupt nicht! Du hast nichts gesehen! Du hast nicht mal geschossen! Du hast nicht mal geschossen! Du hast nicht mal geschossen! Ich hab den halt nicht gesehen man! Hallo die Kugeln sind teuer! Oh Mann wo ist denn da einer? Am Flugzeugarsch ist einer! Oh der hilft dir jetzt auch nicht mehr! Ist ein Flugzeugstück drin! Ja komm Peter hol ne dir! Ne ne! Doch Peter hol ne dir! Der defused! Der defused! Boah! Ey ohne Spaß nicht mal ein! Wo wart ihr denn? Oh nein da unten! Wipfer! Guck! Guck! Flipp unter dem Fuß! So Bram jetzt rape ich deinen Ass! Muss doch jetzt echt noch zu spannend werden! Anscheinend! Bram ich rape jetzt deinen Ass! Echt jetzt? Ja ich rape deinen Ass! Tust du nicht! Doch! Das ist aber jetzt nicht so geil! Wie warst du durch? Oh! Headshot! Der ist mitten in der... Mitten vom Flugzeug... Äh da! Oh ich habe doch im Urin gehabt! Der ist auf dem Plateau! Oh! Der ist vorne am Flugzeug! Der plantet wahrscheinlich gleich! Hiss aus dem Flugzeug raus! Halt mal die Schnauze! Ich will Peter die Info doch nur geben! Boah! Das ist echt der Hammer auf wie man sich konzentrieren soll, wenn man dich im Team hat! Ja was denn? Ich will... Peter musst du auch wissen was abgeht! Ich bin tot! Der ist auf dem Bombspot! Oh shit! Peter weiß schon was er macht! Ja Peter weiß das! Der defused mit Sicherheit schon! Nice Peter! Oh kacke! Ah! Ach jetzt! Ja Abram warst du lang gesagt weil du kleiner Splasher! Ich war halt bei P! Ja ja bist halt ein kleiner Splasher! Pass mal auf ey! Du kriegst jetzt richtig einen Einlauf von mir! Warte! Alter ohne Spaß! Road to 10, 17 sag ich dann nur! Ja pass auf! Du kriegst jetzt direkt voll einen reingebr... Bashort ey! Ne nicht schon wieder! Ach komm! Und schon wieder tothardig! Das ist ein Witz! Ey! Schön! Ja ist auch ein Witz wie du spielst! Blablablablablablabla! Selbst deine Oma spielt ja besser als du! Hahaha! Das ist schön für deine Oma! Im kleinen Bunker! Sonnenwarrer! Der sitzt unterm Flugzeug! In der Mitte! Im kleinen Bunker! Im kleinen Bunker! Im kleinen Bunker! Nice! Boah! Peter guck mich noch an bevor... Meine Kuh nicht trägt! So Hadi! Bis du jetzt dadurch dass Sepp den letzten Kill gemacht hat, bist du offiziell... Ey Jay! Wie viele Punkte hast du? Finde ich okay! Kann ich mit leben! 1050! Was hast du für eine Stat? 1320! Ne Stat! Abschiss Tode! 1320! Negativ! Peter hast du da so einen Verlierer tief negativ! Das ist aber auch einfach für Jay! Weil wir haben Hadi im Team gehabt ja? Ja das stimmt! Hallo! Ich hab dabei! Voll der Leistungsträger! Aber was hast du für Jay? Ich hab die Punkte von Hadi meistens gesnackt! Gut! Vielen Dank fürs Zuschauen! Tschüss!